In Berlin begrüße ich Michael Lüders, Nahost-Experte und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Herr Lüders, glauben Sie, dass eine Eskalation in Syrien droht? Nun, wenn es tatsächlich Raketen regnen sollte auf Syrien, dann werden die Russen, das haben sie zumindest angekündigt, reagieren. Gegebenenfalls auch die Quellen des Angriffes, also sprich ein amerikanisches Kriegsschiff angreifen. Wenn das geschehen sollte, dann haben wir eine Situation, wo Russland und die USA direkt aufeinander schießen. Und wenn dann die Vereinigten Staaten den NATO-Verteidigungsfall ausrufen, dann haben wir ein großes Problem. Entzündet hat sich diese Eskalation, die bisherige, an dem Giftgasangriff. Über dessen Schuldige, über dessen Ursprung Unklarheit herrscht. Es wird sozusagen die Schuld immer hin und her geschoben. Was glauben Sie, wer dafür verantwortlich ist? Es ist ganz schwierig zu beurteilen, was wirklich vorgefallen ist. Es ist denkbar, dass es einen solchen Giftgasangriff gegeben hat. Es kann aber auch Fake News sein. Wir wissen es nicht. Die Amerikaner, die Engländer und auch die Franzosen sind offenbar aber auch nicht gewillt, die Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Es ist ja eine UN-Delegation unterwegs, die den Vorfall untersuchen soll. Zunächst mal muss man sagen, Ostruta, jenes Kampfgebiet östlich von Damaskus, was die syrische Armee zurückgeobert hat von den Aufständischen, war ja zum Zeitpunkt des Giftgasangriffes schon zu 95 Prozent zurückgeobert. Es stellt sich schon die Frage, warum Assad just in dem Moment, wo für ihn militärisch alles klar war, doch jetzt das Risiko eines Giftgasangriffes eingehen sollte. Denn er musste ja wissen, was das möglicherweise für Reaktionen hätte. Ich glaube, im Kern geht es hier um etwas ganz anderes. Es interessiert die USA im Zweifel auch nicht, ob hier 40 Menschen ums Leben gekommen sind in Ostruta oder nicht. Es geht hier um eine dramatische Versterfung eines Stellvertreterkrieges in Syrien. Da haben wir einerseits einen Bürgerkrieg, andererseits aber einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA, der Europäischen Union, der Türkei und den Golfstaaten. Die wollten alle den Sturz von Bashar al-Assad und Russland und Iran haben diesen Sturz verhindert. De facto ist dieser Stellvertreterkrieg im Dezember 2016 zu Ende gegangen mit einem in Anführungsstrichen Sieg der Assad-Seite. Da wurde Ost-Aleppo zurückerobert. Das war die letzte große Metropole in Händen der Aufständischen, wie sie gerne genannt werden. Dabei handelt es sich meistens um dschihadistische Rebellen aus dem Umfeld von dem islamischen Staat oder von Al-Qaida. Und die USA können es nicht verwinden, dass Russland diesen Stellvertreterkrieg gewonnen hat auf syrischem Gebiet. Jetzt haben wir eine ganz gefährliche Eskalation und es fehlt Sinn und Verstand in der amerikanischen Planung. Madeleine Albright, die wir gerade gehört haben, hat ja vollkommen recht. Man macht doch nicht per Tweet eine solche Kriegsdruck wahr. Die Russen haben angekündigt, sie werden zurückschießen. Das ist ja geradezu eine Einladung, dieses zu tun. Was soll Putin denn machen in dieser Situation, wenn Amerika sozusagen höhnisch in Richtung Moskau sagt, wir sind bereit, wir greifen an? Sie haben vorhin gesagt, dass beide Seiten nicht abwarten oder abwarten wollen, zu welchen Ergebnissen die Untersuchungen jetzt kommen. Sie haben das teilweise auch schon eben beantwortet, weil Sie von Stellvertreterkrieg gesprochen haben. Aber warum, glauben Sie, wartet man nicht ab, bis es dort Klarheit gibt? Ja, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Aber man hat den Eindruck, dass es in den USA starke Kräfte gibt in Washington, die nicht daran interessiert sind zu deeskalieren, sondern man sucht die Konfrontation zum einen mit Russland, zum anderen mit dem Iran. Wir haben ja auch das Atomabkommen, das auf dem Prüfstand steht. Mitte Mai wird Trump aller Voraussicht nach verkünden, dass er sich an dieses Atomabkommen mit dem Iran nicht mehr gebunden fühlt. Und Syrien wird dann der Schauplatz werden neuer militärischer Auseinandersetzungen, zum einen zwischen den USA und Russland und zum anderen zwischen Israel und dem Iran. Und das, was wirklich Sorge machen muss, ist, dass es an mäßigenden Stimmen fehlt. Trump hat sich umgeben mit Hardlinern. Der neue Außenminister Pompeo ist ein ganz, ist ein ausgeprägter Scharfmacher mit Blick auf Russland und den Iran. Das gleiche gilt auch für John Bolton, den neuen nationalen Sicherheitsberater. Offenbar glauben die USA, ihre Position als eine Weltmacht, die doch Kompromisse eingehen müsste mit Russland und China, festigen zu können, indem man auf ganz harte Kante setzt. Nur, das ist äußerst gefährlich. Die Situation in Syrien kann jederzeit eskalieren. Und man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn tatsächlich Russen und Amerikaner aufeinander schießen. Herr Lüders, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Es fehlt jetzt sozusagen eine mäßigende Stimme, ein mäßigender Einfluss. Könnte das der französische Präsident Macron sein, der ja auch bereits sich zu Wort gemeldet hat, der stellvertretend für Europa eintritt? Ich fürchte, das wird er nicht tun. Macron hat sich ja im Grunde genommen der amerikanischen und britischen Linie angeschlossen, dass man handeln sollte, bevor die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. Das Problem für die Franzosen ist nur, wenn sie mit Flugzeugen angreifen, dann riskieren sie abgeschossen zu werden. Und sie haben nicht dieselben militärischen Möglichkeiten wie die USA, mit Langstrecken- oder Mittelstreckenraketen anzugreifen. Also insofern haben die Franzosen hier ein logistisches Problem. Es fehlt in Europa die Stimme der Mäßigung. Alle sind sich einig. Russland ist die Inkarnation des Bösen. Und da es keine diplomatischen Kontakte mehr zu geben scheint, anders als noch zur Zeit von Willy Brandt etwa oder von Helmut Kohl, rasen hier zwei Züge ungebremst aufeinander zu. Sagt Michael Lüders, eine Ostexperte. Vielen Dank für das Gespräch.